Herzlich willkommen zurück in Russland! Ja, ihr habt richtig gehört, Russland. Ich wollte ja, letzte Folge, den Supermarkt plündern, aber es ist nicht die Nacht der Rotaugen? Nee, doch nicht? Okay, dann... Oh nee, hier ist eine Absperrung! Das Dumme ist, wie soll ich die Zombies hier alle töten, wenn hier dieser blöde Zaun ist? Oh man, am besten wäre es eigentlich, wenn ich so eine Flair finden würde, dann könnte ich... Oh, hallo! Hier ist alles abgesperrt. Ich muss in den Supermarkt, weil ich da gerne... Was habe ich jetzt? Was ist das? Ah, man kann hier Emojis machen, beziehungsweise so guckt dann jetzt wahrscheinlich mein Gesicht gerade. Das wusste ich ja auch noch nicht, so. Vorsichtig einfach sein, Lage checken, dann nehme ich noch Geld mit. So, ich... Kleber brauche ich nicht. Ich weiß, dass man Kleber essen kann, aber Leute, das ist nicht gesund. Merkt euch das. Kleber essen ist nicht gesund. Okay. Ja, es ist eigentlich... Ach, wieder... Mh, Mann. Es sind nämlich einige Zombies halt respawned, weil ich halt mich ausgelockt habe. Oh, Potato. Chips. Potato. So, dann essen wir mal kurz was. So, wo sind die denn? Oh, das essen wir einfach mal so. Am, 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 am. Ähm, trinken. Habe ich trinken noch dabei. Äh, hier ist noch Bread, das Brot. Äh, trinken habe ich irgendwie keins dabei. Da ist es jetzt natürlich nicht so gut. Und, oh, mein Bogen fällt mir gerade auf. Der ist kaputt. Da muss ich gucken, dass ich den irgendwie repariert bekomme, auf jeden Fall. Ähm. Ach komm, essen wir jetzt auch nochmal. So. Jetzt aber die, die Kettensäge wieder in die Hand nehmen. Lage checken hier. Ja, ich muss versuchen in den Supermarkt hier reinzukommen. Oh, da ist ein Zombie. Oh, 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 oh. Manche sind so blöd positioniert. Ach, warte mal. Ist das nicht hier ein Generator? Warte mal. Äh, ein Rare Generator. Ähm, Equip. Und den stellt man hier daneben. Nein. Dem muss ich jetzt Benzin geben. Dann kann ich das hier zum Powern bringen. Dann kann ich hier vielleicht noch was rausholen. Das wäre nice. Aber den Stuff habe ich dazu leider nicht. Wir können es ja mal stehen lassen hier. Da ist überhaupt nichts drin in den Räumen. Okay. Schade eigentlich. Okay, hat man sich gedacht. Wahrscheinlich. Ähm, nö. Machen wir hier nichts. So, okay. Pass auf. Wir gehen diesen Zombie hier mal killen. Oh. So, jetzt ist er weg vom Fenster. Okay. Ach, ich habe voll vergessen, Leute. Ähm, zu skillen. Hier, die Skills. Wir haben. Oh, ja. Pass mal auf. Sharpshooter. Warte mal. Erstmal das bringe ich auf jeden Fall hoch. Bei Defense. Ähm. Hier, Vitaly bringe ich noch hoch. Sogar zweimal. Dann, äh, dann habe ich hier eine Regeneration mit, ähm, hier Food and Water. Äh, und Immunität so ein bisschen noch. Äh, 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 strange. Äh, 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 warm-blooded. Und Survival bringe ich noch hoch. Hier, das da. Ach, komm. Ja, das ist gut. Das ist gut. Da brauche ich nämlich nicht viel essen und trinken. So. Okay. Es wird wieder dunkel. Geht's hier in die Kanalisation runter oder so? Oh, tatsächlich. Es geht hier in die Kanalisation. WTF. Was ist das hier? Red Smoke. Lockt es dir auch an? Ich brauche Flares, damit ich die hier weglocken kann. Das wäre eigentlich am geilsten. Sind es da hinten Riesenzombies oder sind es Pfosten? Ich glaube, es sind Pfosten. So, warte mal. Ich rüste mich jetzt mal ganz kurz einfach mit der Taschenlampe aus. Ja, die gute alte Taschenschlampe, ne? Equip in your hands. So, und. Hallo. Ah, vielleicht passt sie. Ach, Mann. Diese Waffe. Dahin. Das da. Dahin. War das jetzt so schwer? Okay. Ich brauche Flares. Da oben ist nochmal so ein Küchenmesser. Das brauche ich leider gerade nicht. Ich bin hier Binoculars. Da hinten ist Mechanic. Ich weiß, da könnte ich meinen... Einen Hockeystick. Okay. Na, am liebsten würde ich... Ja, was zu trinken plündern noch aus dem Supermarkt. Am besten. Das wäre echt wirklich am besten. Von meinem Supermarkt noch was zu trinken holen. Aber habt ihr mal gesehen, wie viele Zombies vorm Supermarkt stehen? Das ist nicht mehr feierlich. Was ist da drin? Cheese. Cheese. Oh, Mann. Okay. Es geht aber hier noch einen Stock weg hoch. Alter, und nochmal eins. Okay, krass. Trinken. Jawoll. Okay, nice. Trinken ist drin. Können wir direkt auffüllen. So, Equip. So, und dann sind wir bei 42%. Richtig geil. Okay, es ist gut. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Hier ist zum Glück kein Zombie. So, okay, wir checken die Lage. Guckt mal hier. Da hinten ist der Supermarkt. Ich meine, ähm, ja. Ist halt schwierig hier die Zombies irgendwie wegzukriegen. Ich meine, ich könnte mit dem Auto, die alle überfahren. Hier stehen ja Autos rum. Wir machen gerade so eine kleine Lagebesprechung, Leute. Und meine Lagebesprechung sagt mir, ich gehe da jetzt hin. Warte mal. Ups. Nein. Hawkehound Magazine. Soll ich da jetzt drauf schießen? Ist der tot? Oh, ich habe ihn getroffen. Oh, oh. Alle Zombies kommen. Ich glaube, ja. Einen habe ich gekillt. Ähm, ich sollte ganz schnell wieder das hier anlegen. Denn die Zombies kommen jetzt. Das war vielleicht keines so gut. Wow. Hallo. Hallo. Alter. Wie schnell können die denn da hoch sprinten? Oh mein Gott. Medikit. Equip. Mir egal. Ich habe mich jetzt hier sicherheitshalber equip. Oh mein Gott. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall Zombies weggenommen. Warte mal. Es sind da auf jeden Fall die Zombies weg. Guckt Leute. Meine Taktik hat funktioniert. Mega nice. Okay. Aber unten vom Haus werden dann wahrscheinlich welche warten. Ähm. Gut. Da muss ich jetzt dann aber durch. Wuh. Okay. Komm her. Boah. Holy shit, man. Da liegt einer, ne? Alles gut, Leute. Das ist alles gut. Da hinten dieser Zombie, der kotzt gerne. Ich weiß nicht, wie ich den am besten erlegen sollte. Vielleicht soll ich da wirklich hingehen. Wie viel Schuss habe ich damit noch? Warte mal. Wir gehen. Einen Schuss habe ich noch, Leute. Oder ich rüste den Bogen aus und gucke, ob er funktioniert. Nee, da ist kaputt. Mist. Können wir den vielleicht reparieren? Den Bogen. Repair da. Was brauche ich dafür? Mist. Ah. Den Bogen habe ich ja schon. Aber. Oh Mann, Leute. Es wird schwierig. So. Ich habe. Diese Waffe hier noch. Es wird schwierig jetzt gerade. Okay, warte mal. Wir equipen uns mal mit diesem Red Smoke. Und werfen den mal dahin. Wow. Oh oh. Da ist es in dem Smoke drin, Leute. Nein. Fuck. Alter. Renn einfach. Renn einfach. Der hat mich angekotzt. Mist. Ich muss hier weg, Leute. Oh Mann. Ich dachte, die sind von dem Smoke abgelenkt. Okay. Oh oh. Ich gehe am besten ins Gebäude hier. Okay. What the fuck? Ist das euer Scheißernst jetzt? Ist das euer Scheißernst? Ich kann meine Waffe gerade nicht ausrüsten. Oh nein. 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 Alter. Das ist gar nicht euer Ernst. Du dummer. Penner. Oh Mann. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ah. Ja geil. Fangen wir wieder von vorne an. Juhu. Juhu. Hey. Ich konnte meine Kettensäge nicht auswählen. Weil die blöden Zombies direkt hinter mir waren. Ich dachte, die sehen mich nicht wegen dem Rauch. Aber anscheinend sind die doch nicht so behindert. Mann. Okay. Okay. Da ist ein Quad. Leute. Aber hier sind auch viele Zombies drin. Du musst versuchen wieder in die Stadt zu kommen. Einfach. Drehst du ja jetzt schon wieder durch, ne? Los. 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 What the fuck. Wuhu. Okay. Zum Glück haben wir hier einen Quad gefunden. Meine Güte. Kann man irgendwo das Licht anmachen? Ja. Zum Glück. Oh Mann. Weg hier. Bloß weg hier. Ich muss die Stadt wiederfinden, Leute. Boah. Okay. Ähm. Was ist das hier? Ein Holzfällerlager, so wie es aussieht. Ne. Ein Camp einfach nur. Ich muss in die Stadt einfach. Das ist jetzt wieder einfach mal total ärgerlich. Ach Gott. Ich konnte die Waffe nicht so schnell switchen. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Kettensäge ausgewählt gehabt. Aber nee. Ja, eine dumme Zombie. Mann. Was hättet ihr in dieser Situation gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Boah. Let's go. Es kommt mal auf jeden Fall gut voran mit dem Quad hier. Boah. Und dann war noch dunkel. Und dann noch dieser kotzende Zombie. Yeah. So. Das ist das Beste, ne? So. Bin mal gespannt, wo die Straße hier überhaupt hinführt. Hab überhaupt keine Ahnung. Da unten ist eine Stadt. Oder ein kleines Dorf zumindest. Kommt Leute, gehen wir doch hier hin. Oh, das ist... Okay, das ist gut. Wir können was dann aufladen. Ich denke, hier gibt's Kanister. Ob's hier Waffen gibt, kann ich euch leider nicht sagen. Aber... Oh, ups. Ich hab mich gerade verklickt. So. Aber warte mal. Wir machen das Rift noch aus. So. Oh, Mann. Das war ja mal wieder was hier. Tape. Brauch ich nicht. Flashlight. Ist gut. Oh. Paintball Gun. Alles klar. Können wir ein paar Zombies unpainten. Ja, geil. Die ist empty. Oh, nein. Okay. In der Garage hier ist nur ein Zombie. Oh, ne. Da ist noch einer. Meine Güte. Ich brauche eine Waffe. Oh, ne. Da ist einer. Ich hab mich zum Glück noch nicht gesehen. Mann. Wie soll ich hier am besten reinkommen? Ist alles umzäunt, das Gebiet hier. Mist. Da komm ich nicht weit. Ja. Wie hat er mich... Weißt du? Ich stand gerade direkt vor dieser Tür. Oh. Drecksvieh. Bloß weg hier erstmal. Alter. Gibt's ja wohl... Oh, ne. Es hat aus... Brennt er noch mir hinterher. Ne. Alles gut. Mann. Ich muss da rein. Aber es sind zu viele Zombies und ich hab keine Waffen. Oh, Mann. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, Leute. Hey. Ohne Witz. Alter. Okay. Da ist das Bergdorf. Hier in der Nähe. Oh. Das ist gut. Da, als wir das erste Mal gestorben sind. Da war das. Oh, Mann. Alter. Ey, man. Mich ärgert es immer noch. Hätte ich einfach nur die Kettensäge ausgewählt gehabt? Ich wollte einfach nur schnell weg sein. Aber ich konnte dann am Ende einfach nichts mehr machen. So, aber das Dumme ist da oben auf diesen Türmen. Das sind ja auch Zombies. Ohne Waffe bist du halt hier echt so ein bisschen gefickt. Ne. Bisschen aber nur. So. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Aber hier auf der Map könnte ich mir echt gut ein Battle vorstellen, Leute. Also, ich habe ja mal ein Unturned Battle gemacht. Das wird es eventuell nochmal machen. Also eine zweite Staffel auf der Map hier vielleicht. Das wäre schon nice. Okay, hinter diesem Hügel müsste eigentlich diese Stadt sein. Oder dieses Dorf. Wenn ich mich nicht täusche. Müsste eigentlich so sein, ne? Eher da hinten. Nur ist da halt wieder die Sache, wie komme ich an Waffen ohne an Zombies zu geraten? Hä, wo ist dieses Dorf? War das... Das war hier in der Nähe von diesen Türmen. Bin mir absolut sicher. Vielleicht da dahinter? Naja, Leute. Finden wir es raus in der nächsten Folge. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.